Gibt es hier jemanden, der keine Geldblockade hat? Ich glaube, die Christiane da geht schon immer mehr in die Richtung, keine zu haben. Die lächelt schon so, Christiane, möchtest du was dazu sagen? Ja, also ich mache zurzeit recht guten Umsatz in meinem Studio und es fällt mir einfach leicht zu verkaufen. Und ja, also ich bin jetzt schon im vierten Monat in deinem Coaching und es macht einfach Freude, Geld auszugeben. Und ja, also es kann noch mehr zu mir kommen, aber ja, also Geld sind meine guten Freunde. Ja, das ist so cool, genau. Und da wollen wir nämlich auch hin, dass Geld einfach gute Freunde sind und dass es Spaß macht, auszugeben, dass es mit Freude ausgegeben wird, sodass es eben auch zu uns zurückfließen kann.